Dein Leben ist, was du draus machst. Du könntest ein Rad schlagen, ein Buch lesen, an nem Baum lehnen oder du könntest es dir mal so richtig gut gehen lassen. Aber egal, ob du einen großen Erfolg würfelst oder ob nicht meckern halt Lob genug sein muss, wichtig ist, dass du dabei Klamotten trägst, in denen du dich mal so richtig wohl fühlen kannst, Dorp bei Dorp, Dorp bei GetShirts. Das war's. Das war's.